Hier habe ich die Fäden in der Hand. Die Ausbildung zum Textillaboranten ist ganz spannend, weil man jeden Tag neue Färbungen herstellt, neue Farben entwickelt, immer wieder neue Briefverfahren hat und auch viel zum guten Leben der Menschen beitragen kann. In deiner dreieinhalbjährigen Ausbildung bist du umgeben von chemischen Substanzen, Farben und Flüssigkeiten. Schutzkleidung ist wichtig, weil wir mit gefährlichen Stoffen hier arbeiten. Vor allem, wenn wir mit Schwefelsäure zusammenarbeiten. Das bringst du mit. Technisches Verständnis, Beobachtungsgabe, Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein. Man sollte schon Interesse an Chemie mitbringen und so physikalische Prüfungen im Prüflabor vorne. Hier liegt der Fokus auf der Qualität. Du sorgst dafür, dass nur sauber verarbeitete Garne verwendet werden. Wenn die Reißfestigkeit nicht passt, dann könnte es sein, dass beim Weben eben ein Faden reißt. Und wenn das passiert, dann kann man das Stück vom Weben einfach wegschmeißen. Da ist ein Loch drin, das kann man nicht mehr reparieren. Deswegen ist die Festigkeit sehr wichtig. Gut die Hälfte der BewerberInnen haben Abitur, die andere Hälfte einen mittleren Bildungsabschluss. Das lernst du. Eigenschaften von Werk- und Arbeitsstoffen, Garne und Stoffe prüfen, Textilien auf Hautverträglichkeit und Wiederverwertbarkeit prüfen, Protokolle erstellen. Du kannst dich in eine von drei Richtungen spezialisieren. Textiltechnik, Textilchemie, Textilveredelung. Die Ausbildung erfolgt im Betrieb und in der Berufsschule. Also der Kunde schickt uns eben ein Muster und wir sollen dann mit unseren Ausfärbungen möglichst an das Muster mit unserem Farbton hinkommen. Ganz passt der Farbton noch nicht, aber wenn wir es jetzt noch einmal färben, dann sollte das hinlaufen. Zudem soll die Farbe speichel- und schweißfest sein. Und das hat vor allem bei Babykleidung seinen Grund. Die nehmen wir doch mal was im Mund und es wäre natürlich schlecht, wenn dann die Zunge Neon-Gelb wäre. So kommst du weiter. Weiterbildung, zum Beispiel physikalische Messtechnik. Meister in, Techniker in, zum Beispiel Textilwirtschaft. Studium, zum Beispiel Materialwissenschaft oder Chemieingenieurwesen. Du verfügst über technisches Verständnis und chemische Vorgänge faszinieren dich? Du hast Interesse daran, dich an Versuchen auszuprobieren? Dann machst du mit der Ausbildung zum ZUR Textillaborant in sicher nichts falsch. Wenn man jetzt zum Beispiel sich ins Auto reinsetzt und weiß, okay, da ist Garn drin, wo ich mitgewirkt habe. Dann macht es dir ein paar Mal weg. Untertitelung des ZDF, 2020